Es ist gestern ein Vorfall passiert, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ich bin ja nicht nur Bürgermeisterin und Senatorin hier in der Stadt Berlin, sondern auch Abgeordnete in meinem Wahlkreis Rudow. Und ich habe im Rahmen meiner Abgeordnetentätigkeit gestern die Stadtteilbibliothek in Rudow besucht. Das ist ein Haus, mit dem ich über viele Jahre sehr verbunden bin. Ich habe dort mich als damalige Bezirksbürgermeister und Bildungsstadträtin dafür eingesetzt, dass dieses Haus neu gebaut werden konnte. Und es ist für mich absolut unvorhersehbar gewesen, dass ich in dem Haus, in dem ich mich mit den Kindern, mit den Erwachsenen, mit den Jugendlichen unterhalten habe, wie sehr sie dieses Angebot schätzen, dass ich an einem solchen Ort angegriffen werde. Ich war gestern dort, habe mich mit der Bibliotheksleiterin unterhalten. Sie hat mir über das Programm berichtet, über die vielfältigen Aktivitäten. Und wir waren sehr ins Gespräch vertieft. Und in diesem vertieften Gespräch kam völlig ohne Vorwarnung ein Angriff von hinten, einen Beutel, der gefüllt war mit einem harten Gegenstand, der mir in den Nacken und an den Kopf geschlagen wurde. Und ein Mann, der dann den Ort verließ. Das ist natürlich ein Schreck, den man erst einmal hat. Ich kann Ihnen sagen, mir geht es aber gut. Ich habe gestern auch noch meine Bürgersprechstunden fortgeführt und auch das Mitgliederforum der SPD begleitet. Die ärztliche kurze Einschätzung war auch, dass das in Ordnung ist. Und es ist für mich ganz klar, dass ich meine Arbeit als Bürgermeisterin und Senatorin der Stadt Berlin unbeirrt fortsetzen werde. Auch heute alle Termine wahrnehme. Und dass wir uns alle nicht einschüchtern lassen dürfen von solchen Attacken. Ich halte es für besorgniserregend und es erschüttert mich auch, dass wir in letzter Zeit zunehmend solche Attacken sehen. Dass Menschen aufgrund ihrer politischen Arbeit, aufgrund ihrer Haltung und Einstellung angegriffen werden. Und das betrifft ja ganz, ganz viele. Es betrifft Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Es betrifft Menschen, die im Land, im Bund, in Europa aktiv sind. Es betrifft aber auch Menschen, die im Rettungsdienst unterwegs sind. Und es ist eine Entwicklung, die für mich ein Stück weit auch bezeichnend ist. Und es ist wie eine Art Freiwildkultur, kann man fast sagen, die hier Einzug hält. Nach dem Motto, gerade mit Politikerinnen und Politikern, da spielt es keine Rolle. Man kann da alles machen. Und das ist etwas, was mich zunehmend besorgt, wenn wir uns überlegen, wie unsere Demokratie eigentlich aufgestellt sein soll für die Zukunft. Wie wir es überhaupt erreichen wollen, dass Menschen sich noch in der Politik engagieren, dass sie sich für andere einsetzen, dass sie für ihre Haltungen einstehen. Und das ist etwas, was wir uns überlegen, wie wir uns überlegen, wie wir uns überlegen,